Norddeutscher Rundfunk Gehen Sie ins Dorf. Dort gibt's Essen. Woher sind Sie gekommen? Französisch, Italienisch? Holland. Wir brauchen Essen. Gehen Sie ins Dorf. Dort gibt's Essen. Die Faschisten sind weg! Gehen Sie! Kelders voll, wijn, bier. Zure augurken. Wir sind frei. Wir wissen nicht, wo wir sitzen. Wir können nach Hause. Namo! Was haben Sie gemacht? Ich will Sie reichen! Ich will Sie reichen! Meine Schlüttrische Temperaturen. Das ist nicht tief. Ich habe nichts gewonnen. Menschen mit Fieber gehen in die Kirche. Ich kann nicht sehen. Wir haben uns alle anstecken. Das hier ist unser Haus. Das geht nicht. Aber es ist Risch. Er braucht nur ein guter Bett, begrepen. Du musst gehen. Niemand kann. Wir haben Fiezer georganisiert. Wir vertrekken morgen. Auf der Fiech? Ich bin noch ein bisschen Fiezer. Ich sehe das vor ihr. Mit Isaac. Meine Mutter sagt, die Russen sind unheimliche Bieste. Nachher! Ich bin nicht klar. Danke schön. Alles gut? Jürgen Stalin. Simon. Simon. Saddam. Ich will. Neue приказы aus Moskau. Ich bringe uns von Russland. Ich bin nicht von uns. 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 Wir müssen von uns. Unglaub.